Na gut, dann machen wir das eben. Was sind das für Dinge? Konzo Fingendo! Sie nachgehen! Genau, oder? Was machen wir jetzt? Irgendwelche Ideen? Immer weiter schießen! Konzo Fingendo! Guck mal! Oh, es stirbt doch, Freunde! Oh, es stirbt doch, Freunde! Alter, diese Viecher, ne? Sind einfach... Na toll! Zurück! Haltet sich aufhauen! Konzo, Ted! Immer weiter schießen! Konzo, mit was zu? Konzo, mit was zu? Konzo, mit was zu? Oh, oh, oh! Oh, oh! Boah, Alter! Guck mal! Guck mal! Ciao! Oh! Wie sind sie denn zu bezwingen? Alter. Okay. Alter, die sind... Immer weiterschießen. Alter. Alter. Ey, ich... Also irgendwas muss man doch machen. Immer weiterschießen. Diese Viecher sind unbezwingend, habe ich das Gefühl. Ich bin hier! Ich bin hier! Ich bin hier, ich schieße! Ich bin hier! Malen! Ich bin hier! Hä? Elena ist gestorben? Boah endlich, kann ich auch in meine Armenbrust Oh fuck Ach die scheiße Oh Mist, die fliegen in die Luft Nice, Gott sei Dank habe ich es geschafft, Alter Wir brauchen stärkere Waffen als die hier Sieht so aus Komm schon, der Sprung ist nicht schwer Nee, ich schaff das Oh Guck mal Ah, der hat keine Munition natürlich Wie läuft's da hinten? Nee Hey, das ist Harz Eindeutig Baumharz Was zur Hölle? Verdammt, was ist das? Das Zeug fängt schnell Feuer So wie dieses Harz Na klasse Wie wär's nächstes Mal mit ganzem Punkt Lass mal den Schatz mitnehmen Was ist das? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. So mag ich das. Auf geht's. Auf geht's. Los. Jetzt fühlt er sich gespenstisch an. Cool. Vier Grenades ist auch schon not bad. Also hier liegen auch schon deutlich Waffen rum. Ja. 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 Wo sind die denn? Komm hier, friss das, Freund! Okay. 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 Stürb du Mixer Komm Wer noch? Jetzt kommen die Scheißdinger Scheiße Oh fuck Okay, ich muss mal abhauen Ich muss weg hier Ich muss ganz schnell weg hier